Die Widerbranken, oder? Kriegst du Katzen? Kaltes, Lass, das ist ein Messer-TW! Ich bin hier. 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 Ja, Alter, was ist noch mit der Lobby los? Wieso? Ey. Also, meine Kicker waren bisher alle sehr schwitzig. Ich bin hier. 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 Feindlicher Soldat in der Nähe. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich spiele jetzt eigentlich ja bloß wieder M13, weil ich es das letzte Mal gesehen habe und weil die C58 so ein langsames Schussraut hat, dass sie mich so aufgeregt hat. Gehen wir jetzt zum Schluss hier bei. Nein, ich muss mir bei. Dechno-Control, egal. Bio? Ja. Einer bei die kann und einer bei uns unten noch. Gehen wir mal an. Gehen wir mal an. Okay, es geht. Was протестiert, blinkt ihr auf den Gigant am Deck, keine Ausgleichère. Mach ich mal an kann. si! Oh jetzt sind wieder 3.. Hä? 3 am Dach! über uns über uns einer kommt noch von die kommt rüber einer ist noch oben einer nach oben von von treppe von der treppe landet wieder wer landet auch einer die drohung ist immer noch hier irgendwo landen sie hier nach die kann es oder von wo das jetzt gerade wir lassen mal lauter holen der wo der shop nicht da ist aus aus was verstehe doch schon die kreis ein neues ziel objekt da ist noch einer hinten zwei leute ich bin markiert Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Warte, da sind wir hier. Rechts vom Auto. Ich sehe da keinen. Drück keinen. Weißt du, die haben mich schon gerost. Ja, ich treffe nicht wirklich. Kommt der Klasse, der ist von da. Boah, Alter, war das knapp. Warte, ich kann nicht holen. Jawohl. Oh, oh nein. Da, One-Shot bei mir. Boah, Alter, jetzt werden alle an den Klasse da. Warte, warte. Warte, warte. Zu viel Geld. Über dir, über dir, Markus. Kontakt. Da beim Ecke, links vom Ecke. Nein, hinter mir. Da ist One-Shot. Ja. Ja. Ich habe ihn noch. Piste, bitte. Piste, bitte. Die sind da, bei dem Baum, bei Lila. Bei Lila sind zwei. Nein. Nein. Ich komme wieder nicht runter. Da unten ist einer. Boah, da sind wieder ein Pflaster. 22 Meter. Wo ist der? Der ist da unten. Da unten, da unten. Da unten. Ich, wieso, ich triffe den da auch. Man, wieso kriege ich den da hin? Hinter euch beim Eingang, glaube ich. Bei dem, bei dem Dumpfgang. Da kommt man nicht von unten an den Loader. Ach. Wir sind hinter dir. Sicherheitszone. Leicht geht's hier. Halt her. Wir sind oben. Mitte. Drohne, komm. Da brauche ein Radar. Vordere Aufklärung an. Drohne beginnt. Ja, der Berliner. Ja. Da war einer hinter drin. Kann den Markerwehr wegnehmen. Ich sehe genau nicht, wo der ist. Ja. Prison oben, passt auf. Prison oben. Boah, Digger. Ich dachte krass. Alter, er soll da was im Aal halten. Das ist so fantastisch oder sowas. Da bei den Berlin. Wie, sowas hat er gesagt. Ich hoffe, er kriegt Rebs. Uh. Pff. Dann darfst du Spiegel da nicht spielen. Weil wieder Vorratsstationen wurden angepasst. Du bist mein Wurfmeister. Geh aufs Dach hoch. Hinten hochzippen wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Ich ziehe jetzt dafür. Wer denn zu hot kriegt. Ich ziehe jetzt dafür. Wer denn zu hot kriegt. Ich spast. Ich krieg's jetzt wahrscheinlich genau nicht mehr. Nein, jetzt bin ich klar. Ich könnte auslassen. Ja. Jetzt brauche ich auch nichts verkaufen. Bedrohung, bedrohung. Hä, wieso? Ich glaube, irgendetwas, wo wir noch haben sind. Da. One shot ist der. Der ist der One shot. Bei der Mauer. Bei der Mauer. Die. Ja, ich hab keinen Bock, hier auf den Fight. Genau da. Ausnahmesweise. Die vermissten. Zünderwählen nach 2,3. Ich sehe nur, ich über einen Sniper. Oh. Wieso, wie komm ich denn? Außer, macht die Versache. Der ist im Fenster, deswegen trifft er mich noch. Ah, ich wurde gesnipet vom Tower. Meinst du vom Silo, oder? Tower ist andere. Unten läuft der. So nach dem Eingang. Hinter dir, hinter dir! Nach ihnen, jetzt kommt noch mal! Ah, schade. Und so soll es liegen. Mann, das wäre so machbar. Was, Primärkarate? Warum nicht? Was ist denn das? Was hast du für der WC, Alter? Wie heißt die? Äh, Wallow, Wallow. Kann man nicht merken, wie die heißt. Da ist auf jeden Fall gerade noch er dringend gewesen. Kannst du auf jeden Fall nur nachladen. Aber ich weiß, ob du sowas bringt. Ja, lol. Ja, ah, der hat mich gerade gekillt. Ne, den hab ich gekillt, stimmt. Oh mein Gott, das war nix. Also, die Runde habe ich nicht gemarscht. Ein bisschen raus. Okay. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Ja. 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 Ja.